Ich bin Lea Thunel, ich bin gelernte Uhrmacherin und habe irgendwann so knapp vor 30 Uhr entschieden, dass ich jetzt eine neue Herausforderung brauche und bin bei der Versicherung gelandet. Ich gehe komplett auf in diesem Job, ich habe Freiheiten, ich kann meinen Tag selber planen. Also ich bin eigentlich mein eigener Chef und diese Freiheit ist schon unheimlich wertvoll und genieße. Für den Aussendienst muss man sich bewusst sein, wenn man seinen Job ernst nimmt, dass es 24-7-Betreuung ist, weil Kundenbeziehung ist für mich das A und das O. Es ist schon einige Mal vorgekommen, dass am Samstag eine Pfanne gegeben hat und dann hilft man dem Kunden. Durch die Flexibilität, dass wir mehr online unterwegs sind, habe ich für meine Hobbys Zeit. Gerade auch, weil man das Administrative durch unsere iPads nicht mehr so gezwungen ist, um im Büro zu sitzen. Zur Zürich Versicherung in den Aussendienst zu arbeiten, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir passiert ist. Das Zweite oder das Dreibeste würde ich sagen. Das Beste ist mein Mann und natürlich mein Hund und meine Küche. Jetzt bist du dran, bewirb dich! Frageabel. Tabletbel.